Das hier ist die Nanda. Die kennen wir auch schon länger. Ihre Schwester Nives hat es schon geschafft. Die Nanda leider nicht. Sie ist ein kurzhaariges, sehr kleines Hundchen. Also sie ist knapp 45 Zentimeter. Wenn überhaupt, leider auch ziemlich ängstlich. Also sie mag mich auch nicht wirklich. Nanda. Ich krabbel mal zu ihr hin. Aber freiwillig kommen tut sie eher nicht. Schauen wir mal. Hoppla, ja genau. Okay. Also sehr unsicher leider. Und alleine gehen geht auch gar nicht. Und eigentlich ist sie auch eher, sie läuft super in der Gruppe mit, ist verträglich mit allen. Aber auch hier schon seit sicher zwei Jahren ist sie sicher schon her. Nanda. Nanda. Ja. Also bei der Rafaela, die sie kennt, geht das natürlich alles. Ja. Aber bei allen Leuten, die neu sind, ist das alles immer sehr beängstigend für die Hunde hier. Ja. Also wie gesagt, auch hier brauchen wir jemanden, der Geduld hat, sich mit ihr auseinanderzusetzen und ihr ein bisschen zu zeigen, dass die Welt größer ist als diese Pension hier. Hm? Nanda. 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 Nanda.